Hiho und willkommen zurück bei ihrem lieben Strategiespiel und Königsmacherfreunde zum MajestyGoldHD. So, wir machen unsere Guardsmänner an und dann laden wir TheSiege. 50 Tage sind wir schon in der Mission. Mal sehen, ob wir sie demnächst mal schaffen. Wir wissen nämlich immer noch nicht, wann ihm das Gold ausgeht. Dich benehmen wir wieder, wir haben nämlich mehr. Ah, wo ist die Torte Heroes? Das Werk. Ich kann ja hier gucken. So, wie sieht es bei den anderen aus? Hier sieht es gut aus. Hier auch. Äh, Moment, wo? Au. Au, das... War nicht so schön? Gold, Your Majesty. More Gold, Your Majesty. Achso, der Soldärie fehlt. Ein anderer Tag, Herr Kistar. Ich erinnere den wilden Spiriten. Ein neuer Hero hat in der Embassy gekommen, mein Liege. Ich kann jetzt so viele mehr helfen. Den Ballister-Turm stellen wir wieder auf. Wenn da nicht die Ratten im Weg wären. Und noch einen zweiten. Ah, du bist ja wohl wieder von der Embassy, okay. Bei dir sieht doch alles gut aus. Dich lasse ich nicht davon kommen. So, dich benehme ich wieder, dann kommst du hier raus. Du bist auch zu wertvoll, um dich einfach sterben zu lassen. So, alle Gilder sind voll. Da setze ich meine Belohnung drauf. Du bist im Eimer. Das war wieder mein Held. Hier sind alle Forschungen fertig. Das Geld müsste mal eingeholt werden. Ich kann jetzt so viele mehr helfen. So, dich versteidern wir. Da können wir dich nämlich schön abschießen. So, tötet den. Ich finde die Nachbеюсь, nicht in den Karten. Die Ba admission sind voll foram настоящale Gruppe. Ich bin mitつ deeper Schreie. zuschreie. so hier kommen sie auch nicht wirklich durch ich weiß halt immer noch nicht wie viel geld er doch hat soja da kam gerade bei service ends nein das war der gegnerische hält der wird geheilt gesegnet kriegte steinhaut das ding haben sie eingerissen sehr gut der macht ein bisschen ärger also wird er versteidert das kann ich mir nämlich absolut nicht leisten dass der ok es sind kommen auch gut dass der nämlich meine worte zettel wenn zerstört das kann ich mir beim besten will nicht leisten das kann ich hier nicht mehr das kann ich hier nicht mehr versteinern weil er irgendwie bei mir als tod markiert wird aha meine zwerge werden langsam der wird sehen ich habe hier sogar der mit 10 wache ich kriege aber zur zeit immer noch keine nachrichten drüber wie viele wie viel gold er doch hat hier stehen bei den ganzen anderen helfer rum Weil da wird er gerade von Ratten angegriffen. Das ist einer von beiden gewesen. Ich habe nämlich langsam das Gefühl, ihm gehen die Helden aus. Weil ihm selber das Geld ausgeht. Ja. Die Karawane wird auch nicht durchkommen. Die ist nämlich schon halb tot. Sie ist tot. Der Zombie ist im Eimer. Das Fehl ist Level 20. Wie sieht es eigentlich so? Meine Marktplätze horten das Gold langsam. Ich habe aber langsam wirklich das Gefühl, dass ihm irgendwo die Ressourcen ausgehen, unserem Gegner. Das war keiner von meinen Helden. Gut. Das war glaube ich jetzt einer von meinen. Ja. Okay, er belebt die hier noch wieder, aber ansonsten tut sie nicht mehr viel. So, helfen wir mal dem Magier hier ein bisschen, äh, dem Paladin hier ein bisschen. Da sind wieder zwei Karawanen unterwegs. Die werden aber auch zerlegt. Die werden aber auch zerlegt, äh, dem Paladin hier ein bisschen, äh, dem Paladin hier ein bisschen, äh, dem Paladin hier ein bisschen. Stuck sorgen. Das sollte jetzt nämlich gut Helden herbeirogen. Eigentlich denke ich mal. Wild adventure builds character. Oh, 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 oh. 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 Na komm, erforschen wir doch das restliche Zeug da. Ja, wir locken recht viele Helden an. Ja, wir locken recht viele Helden an. Oh, oh, oh. Okay, da sind jetzt zwei gestorben. Warte. Also, ein Mönch ist auf jeden Fall gestorben. In the name of the sovereign. Our magic bazaar now offers fine new elixirs, your majesty. Oh, ich weiß glaube ich wer gestorben ist. Das ist ja der von der Embassy. No fun at all. Halt. Ich weiß nicht.